Herr Cardonao, das vergangene Geschäftsjahr war bei Dorma Kaba stark vom Integrationsprozess geprägt. Wo sind derzeit noch die offenen Baustellen? Wir haben die Integration in 50 von 53 Ländern abgeschlossen. Insbesondere in den USA und in Deutschland haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Den Zeitplan für die Erreichung der Mittelfristziele haben Sie im Juli hinausgeschoben. Bis 2021 wollen Sie demnach eine EBITDA-Marsch von 18% erreichen. Wo setzen Sie den Hebel an? Das sind drei Hebel. Erstens Abschluss der Integration, vor allem in den USA und Deutschland. Zweitens weitere Effizienzsteigerungen, zum Beispiel in den Fabriken. Und drittens, aufgrund der Investitionen wollen wir natürlich auch profitables Wachstum generieren, um diese Margen zu erreichen. Sie haben Investitionen in die Digitalisierung des Unternehmens angekündigt. Höhere Investitionen als noch im letzten Jahr. Wo liegt hier die Stossrichtung? Also wir investieren tatsächlich sehr viel. Nicht nur in Produktentwicklung, sondern auch in die Digitalisierung. Unter anderem in die Informatik. Wir geben mehr aus in Prozent des Umsatzes, sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Informatik, als alle unseren Mitbewerber. Wird Dorma Kaba so zum Softwareunternehmen? Wir werden sowohl als auch Hardware und Software weiterentwickeln. Denn wir haben ein Produktportfolio, das sich aus mechanischen, elektronischen und cloudbasierten Lösungen zusammensetzt.